Oh nein, oh nein, rein 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 Er ist ganz unten So, hello und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Und genau, heute Will ich euch nämlich zeigen hier Wer den Frasenmerch neulich nicht gesehen hat Hier sieht man das, ich hab grad hier an Ich hoffe den sieht man hier Das ist richtig cool die Folie Der ist auch richtig flauschig hier Bei den Airmen und überall eigentlich, also perfekt für den Winter Wie gesagt einfach jonasder30.shop Und dann könnt ihr auch einen kaufen Es gibt auch Handyhüllen und wie auch immer Ich zeig euch noch mal ganz genau das Dings hier, ganz genau das Design hier, so, hier sieht man es Genau, ich find es richtig cool, vor allem hier Mit dem Fluss hier, mit dem Schnitzel hier, ich weiß nicht ob das schon mir aufgefallen ist Das Schnitzel hier bei der Phase seiner Hand Und einfach das Flugzeug, ist einfach generell Ich find das einfach richtig cool, ja so Und ja, willkommen zu einer Folge, wie gesagt, mit dem Tobs und mit dem Flo hier, also hi Flo, hi Tobs hier, heute spielen wir nicht die ganz coole Maps, heute spielen wir nicht so eine Art Das ist das Heiden Sieg Horror, irgendwie mehr oder Weniger, obwohl Hello Wind schon vorbei ist Weiß nicht, Tobs, ähm Oh, äh, Natural selector Das ist der Natural selector Was? Ja genau, heute Egal, heute spielen wir auf jeden Fall hier, ähm Eine Adventure, äh, nicht Adventure Map, hier eine Heiden Sieg Map, äh Tobs, wo bist du, äh Ja, Flo, da So, wir haben gerade gefunden hier, wie man, äh Hier, Radio, warte mal noch was sagen So, okay, heiler So, wir haben jetzt gefunden, wie man Radio macht, hier einfach Q drücken Okay, ähm, Tobs, bist du da? Äh, Tobs, du hast doch kein Team, gell? Du hast doch kein Team Ja, ich, 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 ich hab ein Team Probier, so ist kein Team Jetzt hast du ein Team, okay Äh, der Flo ist jetzt der Sucher, der Suchery Dinosaur Ähm, und Die Sucherin Doch, 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 schließlich ist das da, der Verstecker Okay, Tobs, wir sind jetzt wirklich versteckt, okay Komm her, ähm, so Okay, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie Oder wollen wir gemeinsam verstecken, ich weiß nicht Naja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns in der Nähe verstecken, weil da könnte man so mehr oder weniger Verwirrung stiften Und du musst die Items vorstellen, glaub ich Äh, Items? Ja, ich glaube, die meisten sind immer einfach für Äh, Suche hier Und Kisten ist gut Nee, 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 die sind auch so ganz gut Ich glaube, du kannst so Loll, warte mal Komm mal, die Touren? Nee So Kisten finden Kisten Warte mal Nee, komm mal nicht durch Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Was ist das? Gibt's da hier irgendwie einen Geheimgang da rein? Ich hör, Tobs, kill Nee, das ist nur von der anderen Seite Warte, hier, 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 rein, 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 rein Okay Äh, okay Äh, hab ich gar verhustet Äh, verhustet Äh Leute, Ups Siehst du das? Warte mal, kann man das Irgendwie Das ist bedeutet Oh, nein Oh, nein Sorry, das war gar nicht, ganz, gar nicht gut Äh Aber das Ding ist, wir können Flo sehen, ne An der Name Flo, Flo, äh, tu schonmal Ich kann mich bewegen Siehst mich Oh, Leute Oh, jetzt sieht man mich? Doch, man sieht mich, gell Ja, das ist so blöd Ja, jetzt sieht man sich da, aber Alltså Oh Versteck ich irgendwo Uns kommt Flo Äh Wo seid ihr? Wir sind, äh Wir sind, äh In der Villa drin Flo Wir sind in der Villa was 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 war was was ich gehe zu weiter Flo wo bist du? nein wo bist du hin Flo? geht's hier weiter hoch noch und man kann nicht mehr zurück man kann nicht mehr zurück ist hier noch was cooleres der hört uns pass auf er hört uns soll ich reinkommen? ich glaube ich muss eigentlich reinkommen wie kann ich euch hören? warte mal warte ja irgendwie muss man sich da ok wir müssen wieder raus wir müssen wieder rein ich bleibe einfach liegen du guckst raus du guckst raus ich guck raus wo seid ihr? wir sind hier oben im Flo guck mal doch was da in den Dixums da steht er ist ganz oben warte ist der Haunted ist da wo wir sind oder? ne oder? ich glaube schon irgendwie das ist das so irgendwie oh ich habe jemand gesehen gehabt er ist über uns er ist runter gesprungen er ist runter gesprungen einfach wo seid ihr? er ist einfach von mir vorbeigerennt und dann vollkommen er geht komm bist du wieder bei mir drinnen oder? aber ich bin ja eigentlich in der Sackgasse ich sollte dich raus holen oh jo mei komm da wo ist er? ja Jörn hier 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 kannst du wieder zurückkommen nehmen ne ne nicht zurück ist da nein nein du musst hilf ich komm mir da ran du musst du kannst das abbauen irgendwie? ich kann es nicht abbauen oh ich hab los verlangsamt lauf hier lauf hier hast du? ja schnell komm ich denn da rein kommst du gar nicht rein du kommst du gar nicht hin Es gibt einen anderen Weg, es gibt einen anderen Weg, ja? Du musst einen anderen Weg suchen, als du zu mir kommst. Nein, ich weiß, es ist der einzige Weg, wie du rauskommst. Tops, warte, ich höfze ab, Tops, ich kann nicht abwollen. Hä? Ich, 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 ich. Du musst einfach, Jürgen, es gibt einen Weg nach draußen. Was für Weg nach... Ja, einen. Du musst einfach nach hinten gehen, muss einfach nach hinten gehen und dann runter. Hä? Ich kann diesen one way, Tops. Nein, nein, Jürgen. Kannst du mal zurück? Wie komm ich denn da rein? Kommst du gar nicht an, du musst einen anderen Weg gehen. Du leuchtest, du leuchtest jetzt, Flo. Guck mal, siehst du mich hier hinten, Flo? Hallo, Flo, guck mal, dre ich mal um, dre ich mal um, hier hinten. Guck mal, Flo. Tops, 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 Tops. Ah, dahinten. Oh, ich Tops, ich hab dich, ich hab dich. Sicher, dass du mich hast? Ja. Ich hab dir erwähnt, ja. Jürgen, das ist hier, wieso? Wieso, habst du da einfach kein Stirm? Ich Tops, über dir, unter dir, unter dich. Was ist das? Guck mal, siehst du den auch leuchten? Siehst du den auch leuchten? Hast du schon ein item gehabt? Ja, ja, ich hab so ein item gehabt. Lass wieder irgendwo, warte, da vorne ist ein Weg, warte mal. Es gibt Aufzug. Ja, ja, komm mal her, komm mal her, schaffst du das? Hier rein, hier rein. Komm hier hoch. Ja. Ich will irgendwie wieder aufs Dach kommen. Hier ist das, der one way. Also, da kannst du raus, aber nicht mehr rein, gell? Nein, nicht so. Ich versteck mich jetzt einfach raus. Lol, Tops, hier ist ein richtiger Garten. Lol. Lol. Kann man die mehr rein? Hier kann man nicht rein. Aber ich frag mich, was das bringt, wenn irgendwo was haunted ist. Oh, danke, Jan. Dann kannst du keine Items nehmen, du Pfosten. Flo leuchtet schon wieder. Aber dann, ich komm wieder rein. Weil ich glaub, der kann... Oh, ist das Tool, ist das Tool, Flo? Ah, Tops. Was, 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 wo, wo, wo? Hier runter, hier runter. Da, 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 runter. Wo runter? Da ist so eine Tür, da ist so eine Tür an der Wand. Oh, lol. Okay. Es gibt hier einfach einen Geheimgang, gell? Oh! Einen Geheimgang. Wann, kann man hier raus? Nee. Ist so ein Dings. Ist der einziger Weg? Komm mal hier rein. Komm mal rein. Ich glaub, man kann doch raus. Ich glaub, wir müssen wir nach oben. Wir sind ja gerade im richtigen Geheimgang. Ey, das könnte man wirklich mal mit Zuschauern spielen. Ja, echt, gell? Wir sind im Geheimgang, im Geheimgang, im Geheimgang. Ah, Tops hat keinen Zuschauern. Wir sind in den Garten. Okay, lass mal wieder rausgehen, dass es fährt, okay? Ja, lass uns rausgehen. Da kann man eigentlich, da kann man eigentlich wieder rein, gell? Ja. Ey, die sind wirklich riesig, oder? So viele Geheimgänge, gell? Aber wirklich viele. Geheimgöngler. Geheimgöngler. Aber Tops können wirklich mal eine Runde mal zuschauen. Wo ist Flo? Hallo, Jan. Oh, der ist im Klo. Ich bin gerade versteckt. Ihr müsst mich finden. Okay, Flo ist direkt da. Warte, ich mach mal ein bissl Dings hier. Oh, nein, er kommt. Oh, nein. Oh, nein, rein, 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 rein. Oh, nein. Tops, rein, rein, rein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist mich, das ist mich! Du hast dich getraffen! Nein! Okay, ähm. Okay, zeig, zeig. Warte, 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 ich hab ne Idee. okay tipp ich bin ich bin ich bin ich bin der mine ok muss runterkommen es gibt die mine mine es gibt underground ah lol hier kann man runter was denn du bist fast richtig fast ich bin in den falschen weg gegangen aber ich bin in der bärenfalle reingegangen wo ist Flo er kommt er kommt er kommt hier wo bist du du hier wo bist du er ist da vorne du musst du stiege ok stiege stiege ok gut ich werde dich nämlich fangen weißt du stiege ja genau die stiege weißt du runter 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 wenn der mich sieht wenn der mich sieht runter tups runter stiege stiege ja genau weiter runter rennt weiter runter zum untergrund einfach runter gehen runter gehen tups und dann wo bist du ich habe ihn er ist ganz unten es war ob ich immer tief gewesen ok neue runde starte ich hier ready noch mal machen und pv ready einfach join ee Macanemoo ich bin nicht ich bin auch nicht ha 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 stoph süß top-ske tu ok es nirgends die alle auf kriegt random Nee, es geht nicht. Ah, jetzt. Unrated Toggle. Cancel, okay. Toggle. Nein. Ah, du bist jetzt. Okay. Unrated. Okay, geht's? Okay, Tops ist wieder Sucher. Flo, die Map ist richtig cool. Okay, ich sag dir jetzt einer der besten. Los, die Sucherin. Die Sucherin. Ich sag dir jetzt einer der besten Gameverstecke, okay? Da, wo ich Tops die ganze Zeit. Okay, 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 mach mal. Kannst du hinter die Brücke, gell? Echt, lol. Oh, das ist so eine Battle. Wann mal. Gehst du hin, hier? BOOM! Zumindest hat sich jemand erschrocken. Ich leide einer von den Zuschauern sich erschrocken. Wenn ihr euch erschrocken habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ja. Dann schreibt dir Hashtag Blau in die Kommentare. Was ist das? Hier ist ein Banner? Geht's hier nicht weiter? Ah, komm, ich zeig dir was cooles. Okay, wenn ich zur Flur... Davon ist er, davon ist er schädlich. Ha, alles, Treff hoch. Er geht, er geht die Treffe hoch. Ja, Cheeks, treff. Warte, 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 warte. Warte mal, schau mal. Hey, wo ist er? Jetzt wird er zurückgegangen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, Flo, ich hab grad so ultimativ viel versteckt gefunden. Flo, komm noch raus. Oh. Hallo. Warte mal, kann man hier? Alter, was zur Hölle? Das ist ja mein Riesenversteck. Schade, das wäre echt cool gewesen. Ich glaube, der kann wirklich rein. Echt? Ich glaube nicht. Lass wir wieder rausgehen. Oder, komm man da doch irgendwie durch? Ich denke nicht. Durch? Okay. Komm man da durch? Oh, da hat durch aus. Ähm. Durch? Jürgen, komm her! Ey, das... Komm ich wirklich? Flo, flog ich nach wen denn? Hallo? Ey, ey, Jürgen, Jürgen, Jürgen hinter dir. Jürgen hinter dir. Pass auf, los in dir. Du bist wohl komplett anders. Hinter dir? Das ist keiner, Tops. Ja, Jürgen. Aber du hast nachgekommen. Hey, Tops, ich brauche Hilfe. Geistlich und seelisch. Leute, es gibt einfach so viel gute Verstecke auf dieser Map, weißt du mal? Ich glaube, ich bin bugged. Ich nehme mir in der Uhrseite versteckt, ähm, äh, Tops kommt. Oh, ich hatte trappt, ja? Tops hier rein, rein rein. Tops, wo bist du? Du musst suchen, Tops. Ich suche ja auch gerade die ganze Zeit. Tops, du bist am anderen Ende der Map Viewer. Ich weiß auch nicht. Ich bin im Haus, ich bin im Haus. Ich bin, äh, rechts neben dem Haus ist so ein kleiner Teich und wenn du reingehst, äh, da bin ich. Okay. Okay. Da gehe ich schon mal nicht hin. Komm, pass. Ja. Ich kann nicht da trinken. Ich habe ein Buch. Warte mal. Warte mal, Flo, man kann hier raus. Über dir. Wo ist dein? Und geht hier raus, über dir. Da, über mir. Über dir. Über dir. Da, Käthe. Hier gibt es keinen Ausgang. Hä? Warte, ich komme mal zu dir. Du Schaf. Ich hoffe, Tops kommt nicht. Lo, man kann hier einfach unter die Bücher. Was? Tops, du bist du? Das ist ja auch mal ganz unten, okay? Hallo, Julian. Hallo, guten Tag. Ich bin. Warum schreitst du so? Ich freue mich, dass du hier bist. Guten Tag, Julian. Ja, das ist so easy. Um schreitst du so, Tops. Ja, nein, nein, nein. Du kriegst doch stehen, Julian. Nimm, 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 nimm. Jörn. Jörn. Oh mein Gott, Jörn. Er redet vorbei, oder? Was geht, Tops? Jörn, entschuldigst du dich? Jörn. Jörn, entschuldigst du dich? Nein, Tops. Ich bin nicht da, ich bin nicht der Tops. Jörn, wenn du dich jetzt entschuldigst, Jörn. Okay, 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 okay. Okay, alles gut. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Jörn, du sagst, du sagst, du sagst. Ich sagst, dass ich besser als Flo bin. Okay, ähm. In was bist du besser als Flo? In allem, los, komm, sag es. Ich erlaub dir, dass du einmal hier lügst. Jörn, Jörn. Okay, Jörn, weißt du was? Ja, ich hoffe, ja. Jörn, weißt du? Ich, 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 ich werde niemals wieder so einen Spon spießen, weißt du? Ja, Jörn, bleib stehen, Jörn, bleib stehen. Nie im Leben, nie im Leben. Wieso denn nicht Jörn? Ich bin freundlich. Jörn, wo bist du denn? Nein, 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 nein. Kann mich jetzt mal mehr befreien von euch? Bro, nein. Wo bist du denn, Flo? Ha, ihr habt sich doch so ausgetrickst. Weißt du, Jörn, beim nächsten Mal lasse ich dir nicht mehr so eine Chance, weißt du? Ja, das ist... X. Y. Okay, ich gehe jetzt hier. Bist du immer noch beim Sektor A? Ich benutze den Aufzug gerade. Wie geil der Aufzug noch ist. Ich weiß, wie schon gemacht das mit Levitation. Und das packt doch ein bisschen. Ein bisschen. Ein Lidlbiet. Ein Barrel? Wo bist du denn? Lidlbiet. Oh, ich bin in der Fitnessstudio. Was ist das denn? Oh, Lidlbiet weg. Flo, bist du okay? Ich komme jetzt zu dir, Flo. Ähm. Du hast die Zeit jetzt bald aus. Du musst mal hinmachen. Das sieht jetzt nicht bald aus. Ich habe noch die Hälfte Zeit. Also. Wie kommst du? Wie bist du da reingekommen? Ich weiß es nicht. Du bist durchgepuckt. Wie bist du da? Hä? Du kannst da so komisch reinfliegen und dann will er dich wieder normal machen, nicht Schwimmmodus und dann bist du drin. Aber ich komme nicht mehr raus, weil auf der Seite ist nichts, wo du das machen kannst. Schau da, nehm ich auch oben. Okay, okay, Tops. Okay, Tops. Nein, nein, okay. Flo, Tops ist, äh, Flo. Ey, Tops, du kannst mich ruhig killen, wenn du willst, aber ich... Das wäre nämlich gut, aber ich komme nicht raus hier. Ja. Nein. Das ist mir leid. Das ist mir leid. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir Flo? Ja. Irgendwie musst du da reinkommen. Wenn es gibt's nicht... Hier oben, guck mal. Hier kommst du oben. 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 Ich will nicht wieder rein setzen, aber es geht nicht nur bis zu dem Club. Warte. Ich glaube es geht gar nicht. Ja, also ihr habt gerade... Ich habe Spaß, wie ich gerade merke. Warte, warte, warte. Kommt man irgendwie außen rum? Man, man kann auch nicht zu trinken, gell? Ja, ich glaube, ihr habt einfach durch den Wasserfall durchgesprungen, oder? Stimmt das? Nein. Hä, beim Wasserfall isst gar nichts. Gibt's doch nicht. Ich komme wirklich nicht mehr raus. Doch, da ist das. Das gibt's nur auf der einen Seite, wo man sich buggen kann, und auf der anderen Seite gibt's das nicht. Warum ist das nichts? Oh nein. Ich bin fast wieder rausgepackt, oder? Hier ist ein See. Ist das ein See irgendwas? Nee. Wie bist du da hingekommen? Ich hab's schon gesagt, da bei diesem Loch. Bei diesem Loch. Ja. Hier oben. Oh nein. Es gibt nur das eine Loch, und das eine... Wie, wie bist du da reingekommen? Hey, wie hast du dich denn da reingepackt? Das ist witzig, wie du es versuchst. Wie bist du da reingekommen? Ich hab's gar nicht gesagt. Ey, wie? Du musst mit diesem Loch da oben hin, und so krummisch sprinten. Da ist kein Loch. Ihr könnt das nicht, weil ihr sprinten nicht auf Doppel-W habt, glaub ich. Du musst, wenn du mit Doppel-W so da kriegst du den Bug, und nachher will du dich reinsetzen, dann bist du oben drin. Was? Ich weiß auch nicht. Alles was, komm jetzt einfach raus. Komm raus. Weißt du was? Man kommt von drinnen irgendwie rein. Was? Wetten wir? Wetten wir? Ja, ich glaub auch. Kommst du mich nicht? Doch kommst du, kommst du. Jörn, komm mal her, komm mal her. Hier, komm zu mir. Das ist da hinten ein Eingang, ne? Nein, 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 nein. Kann man hier rein? Nee, kann man nicht durch. Das ist der einzige Eingang. Irgendwie... Ja, ich hab's auch probiert, Jörn. Ich hab's auch probiert. Es funktioniert nicht. Wo wir sind... Flink das Bett. Oh no, no. Das war kein Fischer. Wo funktioniert das nicht? Warte mal. Ähm. Gibt's irgendwie... Untergrund, Untergrund glaub ich. Tups. Ich denke. Ich hab hier rausgepackt. Okay, nein. Schnell wieder zurück. Oh nein. Okay, ich hab's gehofft. Der Grund. Hey, man kommt da gar nicht rein. Das ist unmöglich. Das ist ein geiler Trick. Was? Der wollte sich wieder rauswagen. Der wollte sich ein bisschen... Er 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 wollte sich ködern. Wer ist jetzt? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Wir haben doch schon 50 Runden, oder? 50 Runden? Lass doch eine Runde spielen, oder? Das ist ja wirklich, Alter. Viel Glück. Das war's für die Folge. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Abonniert nicht unbedingt und aktiviert die Glocke. Und schreibt einen Kommentar hier in die Kommentare. Ähm, und ja, wie irgendwie Horror verehrt, oder so. Äh, ja. Und ich kann vielleicht demnächst noch mehr Horror machen. Ich weiß nicht, ob ich Horror so verehrt. Schreibt's um die Kommentare hier. Und, äh, wie gesagt, hier. Franzl-Match auschecken. Äh, johanser30.job hier. Wie es hier eingeblendet ist. Genau hier. Hier. Genau hier. Irgendwo drüber hier. Äh, wie gesagt, einfach auschecken hier. Ist eingeblendet hier. Ist, äh, hier ist nochmal das Franzl-Dings. Und man sieht einfach den Hintergrund hier wegen dem Greenscreen. Wie gesagt, hier einfach Franzl-Match auschecken. Äh, richtig cool hier. Und, äh, ja. Wie gesagt, lasst ein Like und da. Und, äh, würde ich sagen, tschau. Pschau. 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 Bis zum nächsten Mal.